Ja, wir warten, dass es Gegner kommen, die glauben auf sich und die wollen auch natürlich was hier leisten und liefern. So warten wir Gegner. Einfach fokussiert auf die Sache, was kommt. Ich meine, Montag, späten Abend. Und diese Entscheidung haben wir auch nicht gestern getroffen, sondern einfach so ist jetzt. Und wir wollen einfach die Kräfte alle auf unsere Sache vorbereiten und richtig was machen. Ich glaube, für uns als Mannschaft ist es ganz gut, die Zeit miteinander zu verbringen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Klima in der Mannschaft, aber es geht einfach nochmal um die Konzentration, um die Fokussierung. Wichtig ist, dass wir am Montag hier mit einem sehr, sehr guten Gefühl Richtung Weserstadion fahren, dass wir dieses Gefühl haben, alles gemacht zu haben, dass wir gut vorbereitet sind. Und ich denke, dass das durchaus eine hilfreiche Maßnahme. Es gibt keine Angst. Für uns ist es wichtig, diese Balance, den Mut zu gewinnen, statt Angst zu verlieren, richtig zu machen. Und dann, wenn man zum Platz mit Überzeugung geht, was wir im letzten Monat, kann ich so sagen, auch sehr gute Leistung gezeigt. Und mit solchen Gedanken zum Platz zu gehen, auf Glauben, auf seine starke Dinge, das ist für uns wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.